Willkommen bei profischnapp.de, hier in Empfingen im Showroom. Ich zeige Ihnen heute einen Relax-Sessel der modernen Art von Himmola, Cosiform. Dieser Sessel heißt 7603 Cosiform, ist manuell und höhenverstellbar in der Longlife 24 Platin. Ein Stück von einer Sonderpräsentation. Was kann ich über diesen Sessel sagen? Nun, das Erste, was ungewöhnlich ist, das ist dieser Hebel, Sie sehen es hier, ist die Höhenverstellung. Ich kann den Sessel also in der Höhe um 5 cm verstellen, wie ein Bürostuhl und damit passt er für alle Größen. Für mich wäre jetzt so ein bisschen hoch, so wäre er ideal. Dann habe ich hier diesen Hebel, den nehme ich nach vorne, da kommt die Zunge raus. Die Zunge geht sehr weit nach oben, also ich habe damit wirklich schon eine Herzwaageposition, also Knie auf Herzhöhe und damit einen idealen Blutrückfluss. Hier, das sehen Sie jetzt nicht, habe ich wieder einen Hebel, eine Gasdruckfeder für den Rücken. Die Armlehne bewegt sich mit nach hinten, ideal. Damit habe ich kein Loch, ich habe immer volle Armauflage. Und hier oben habe ich dann noch eine manuelle Verstellung von dem oberen Drittel des Rückens und damit die optimale Bequemlichkeit. Der Sessel ist manuell, also es kann nichts kaputt gehen. Ganz einfach wieder reinzufahren, hochzugehen, hochzugehen, drehbar, schön ästhetisch, leicht wirkt und in der weißen Farbe passt er natürlich hervorragend zu Schwarz, zu Grau, zu Anthrazit, aber auch zu Farben Gelb, Grün, Blau, also zu sehr vielem. Ein ästhetischer Sessel mit riesen Bequemlichkeit, einfach zu bedienen. Armlehne geht mit nach hinten, wunderbar. Wenn Sie also sowas suchen, würde ich sagen, schnappen Sie zu. Warum? Ein Schnäppchen. 1190 Euro bei uns jetzt, schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.